so anlässlich der kommenden reise saison möchte ich euch noch mal eine andere variation zeigen und zwar geht es hier auch wieder um das den topic gepäckträger mit dem quick track system das ist diese v-förmige schiene hier und da hatte ich in einem anderen video ja schon gezeigt dass ich mir da diese schiene praktisch selber gebastelt habe aus alu und holz im video ist auch ein link mit einer bauanleitung und das ganze zu sichern hier noch ein kleines schloss da braucht man 4 mm loch in den gepäckträger bohren dann hat man ein abschließbares top case was auch wasserdicht ist und bei diesem gepäckträger kann man die taschen auch nachträglich noch einhängen und auch wieder abhängen also wenn man mal wenn man das rad dann auch in der stadt benutzen möchte ohne gepäck taschen lassen die sich also ganz leicht wieder abhängen dafür sind sie dann aber nicht gesichert so wie in dem anderen video zu sehen wo die dann praktisch der oberen stange eingehängt eingehängt werden dann kommt da sind sie so dicht unter dem top case dass sie nicht mehr geöffnet werden können ja das ist halt eine andere variante dieses topic gepäckträgers kostet so um die 35 euro so dann hier noch eine interessante sache da habe ich auch lange nach gesucht und zwar nach einem kompass der auch flüssig gedämpft ist und gut ablesbar ist vor allen dingen und da habe ich alle möglichen variation schon ausprobiert und das hier ist ein handelsüblicher tauchkompass und den machen die sich die taucher machen den sich ums handgelenk und ich habe hier einfach ein bisschen moos gummi bzw neopren und das hauptrohr gewickelt und dann den tauchkompass da wie einem handgelenk befestigt also ich könnte noch ein loch enger aber so ginge das auch schon wenn ich jetzt also die das fahrrad bewege dann bewegt sich der kompass auch ganz sensibel mit ich wollte eigentlich erst hier oben befestigen aber das ist zu schräg und dann bewegt sich der kompass nicht mehr und hier oben war es zu eng aber hier oben wäre auch eine gute möglichkeit wenn ihr da platz habt ja das ist hier für eine ortlieb lenker tasche noch so eine befestigung ist auch sehr praktisch gibt es auch mit kartenfenster so dass hier ist die ortlieb lenker tasche die ist natürlich auch wasserdicht kann man also schräg oder gerade befestigen wie man das will kann die abschließen das heißt die tasche selbst kann dann nicht mehr gestohlen werden der inhalt natürlich trotzdem das ist ja hier nur so mit druckverschlüssen da ist dann noch eine extra tasche da tue ich immer so werkzeug rein und was man so weit kamera sonnenbrille und so schnell mal braucht aber sehr schön ist auch die kartentasche ist auch wasserdicht verschließt kann man kann man dann also sich orientieren das hier ist eine navi halterung für den e-trex auch das hole ich auch noch mal so das ist das e-trex navi die gibt es jetzt in neuen version schon so ab 120 euro dies hier war um die 200 euro und die sind wirklich toll die verbrauchen sehr wenig strom also reine laufzeit mit a batterien ist 24 stunden aber nur wenn man sie permanent an hat aber das navi brauchen wir nicht ständig deswegen hält das auch also bei mir hält das immer so zwei wochen bis ich neue batterien rein machen muss die kann man ja auch mitnehmen so jeder sucht jetzt hier die satelliten aber das welche so dicht am haus stehe wird das wohl nicht aber egal ich kann ja hier auch mal ohne gps nutzen hier kann man die beleuchtung einstellen wenn ich jetzt also relativ leicht zu bedienen es gibt allerdings immer mal wieder unter unter menüs hier kann man alles mögliche einstellen kann tracks einspeichern da ist ja auch nur zwei gigabyte mini micro sd karte drin man kann einen bestimmten standort markieren roten kann man reinladen auch die man sich in google earth zusammengestellt hat und man kann vor allen dingen auch wegpunkte kann man auch geocache und das ist sehr interessant diese pois also point of interest da kann man sich von der adhc seite so auf meiner website und link sämtliche campingplätze europas runterladen und dann wenn man dann irgendwo in der pampa ist drückt man da einfach drauf und dann sieht man automatisch wo der nächstgelegene campingplatz ist adressen essen und trinken ist auch praktisch tankstellen wenn man mit motorrad oder auto unterwegs ist es geht auch für autos autobahnen und das kann man alles in der konfiguration einstellen wie man das benutzen möchte als fußgänger radfahrer autofahrer motorradfahrer das ist also alles möglich sogar für angler und jäger gibt es etwas sonne und mond und so weiter also ist ein sehr feines gerät was auch sehr schnell reagiert das hier ist auch sehr schön das ist ein eine halterung für eine kamera und zwar das ist ein stativ gewinn und da wird die kamera also dran geschraubt das hier ist ein kugelgelenk das kann man also einstellen wie man das braucht das wird einfach nur hier mit zum ratschverschluss wird das festgezogen das hält hier am lenker sehr gut man kann dann auch noch prima mit fahren es gibt halt ein bisschen platz das macht nichts lenker tasche mit kartentaschen navi kamera kompass da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen das mit haben das 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 Vielen Dank.